Hallo! Hi! Hi! Can you see me? So, anyhow, I just want to thank you. Am 14. Juni besuchte die United States Generalkonsulin Pauline Kau Kindopferan. Wir sprachen über die Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge, Integrationsstrategien und den Schutz geflüchteter Kinder. Highlights waren die Ausstellung Ukrainer in Flammen und Gespräche über zukünftige Projekte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017